Na ja, sag schon, wer hat den Nachwuchspreis? Der Nachwuchspreis der goldenen Kamera 2017 geht an Leonard Caro. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Leute, immer wenn ich denke, ich sollte die Nachwuchspreis werden, aufhören mit dem Quatsch. Ähm, ja, ich muss mich, glaube ich, ganz, ganz doll bei der Jury bedanken. Ich weiß, es kann ja keine leichte Entscheidung gewesen sein. Ich muss mich ja nur links und rechts umgucken und sehe so viele unfassbar talentierte jungen Schauspieler, die jetzt genauso hier stehen könnten. Großen Respekt an euch alle. Ähm, ich möchte mich bei meiner genialen Familie bedanken. Ganz besonders meiner Mutter und Agentin, die heute mit mir hier ist. Applaus Du unterstützt mich wirklich durchgehend daran, mein Lebens- und mein Arbeitsstandard auf ein neues Level zu heben. Und dafür bin ich dir unheimlich dankbar. Vielen Dank, Mama. Ähm, ich möchte mich bei den genialen Regisseuren bedanken, mit denen ich arbeiten durfte. Äh, Rainer Kaufmann, Stefan Kornatz, Lars Henning, Philipp Kadelbach. Gratulation nochmal. Wegen Menschen wie euch liebe ich diesen Job einfach. Und ja, ich würde auch ganz gerne etwas öfter mit Regisseurinnen zusammenarbeiten. Und dann vielleicht noch ein paar Worte zu Anne Frank. Ein Dreh, der mich sehr mitgenommen hat, aber mir gleichzeitig meine Bewunderung für Anne Frank ins Unermessliche gesteigert hat. Ein junges Mädchen mit so einer großen emotionalen Intelligenz. Und genau da sehe ich unsere Aufgabe als Schauspieler, als Filmemacher, als Künstler allgemein. Emotionale Offenheit ist wirklich das Größte, was wir zu bieten haben. Und ich bin mir sicher, wenn wir alle weiterhin danach streben, ehrliche, aber vor allem kompromisslose Filme zu drehen, dann kann die Welt nur besser werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz toll gemacht. Und wir wollen uns jetzt, meine Damen und Herren, einmal gemeinsam anschauen, warum dieser großartige junge Schauspieler eine goldene Kamera bekommen hat.